Oh, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, euer Lars Reena. So, und wir legen natürlich gleich wieder los an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Wir gehen jetzt mal vom Chocobo runter. Nein! Ah! Immer wieder die falsche Attacke. Einfach weil es vielleicht ein bisschen besser ist, weil wir so auch Erfahrungspunkte bekommen. Ich kann nichts mehr tragen, ja, ja, meinetwegen. So, weil man guckt die Gegner halt mittlerweile doch schon ein bisschen mehr aus als die, die wir bisher schon kannten. Genau, das ist richtig. So, äh, Hilfe! Hier oben? Hey! Level up! Mh, Kraft! Hier oben ist jetzt auch eine Stadt, die wir uns auch gleich angucken werden. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie sie heißt. Genau, warte auf mich. Oh, keine Musik. Ja, in dieser Stadt gibt es keine Musik. Okay, als die Harfe verklangen. Hm, interessant. Also nebenbei das, dass an dieser Stelle keine Musik ist, das ist richtig so. Das hat mit dem Spielgeschehen zu tun. Na, hat man ja gerade eben gehört. Äh, was hat ein schönes Gold? Geil. Geil. Gleich mich mal hier mal ein bisschen Gold, äh, viel Gold ausrüsten. So. Hm, hm, hm. Nein. So. Gold. 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 Jawohl. Gold. Oh, nein. Das brauchen wir nicht mehr. So, äh, 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 äh. Silber. Ja. Nein! Ach, mann! Die Steuerung ist ab und an mal ein bisschen sehr eigenwillig, sag ich mal. So. Jetzt haben wir alles, können wir hier auch wieder raus Hier werden wir, glaube ich, mal nicht schlafen gehen Wir gehen jetzt gleich zu Defias Oder wie dieser Typ heißt Ach Mist Ja, gut zu wissen Ach Mensch, jetzt komme ich hier nicht durch, weil dieser alte Opa da im Weg steht oder was Opa, bewegt dich Ach Mann Gut, hier versperrt uns ein alter Mann den Weg Irgendwo anders versperrt uns Giftgas den Weg Super Also Jetzt weiß ich nur nicht, was schlimmer ist Giftgas, weil das was mit der Story zu tun hat Oder dieser alte Mann, weil dieser alte Mann, der ist ja immer da Oh Jetzt kommt hier wieder diese ganz, ganz böse, böse Musik Okay Hm Okay Ja Er hält einen Vogel Auch eine schöne Angelegenheit Ein Vogel Wir müssen jetzt Also wir gehen jetzt einfach mal zur Höhle der Medusa In der Hoffnung, dass uns überhaupt niemand sagt, wo das ist Oh, wer bist du? Okay, Devias Mutter ist eine Medusa Nur ein kleiner Junge kennt den Weg dahin Okay Aus dem Weg Ich kann auch schlimmer als Devias sein Hm, der kleine Junge ist es nicht Hm, 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 hm Einfach Giftzähne Okay Ja gut, okay, man kann entweder jetzt Nee, Giftzähne sind eigentlich sehr wichtig Hm Nee, 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 wir machen diese Sidequest Wir Wir werden jetzt hier Giftstachelfarmen Einfach deswegen, weil es gibt ja auch noch Erfahrungspunkte Ist ja nicht so, dass ich nicht wüsste, wo diese Höhle zu finden ist Ähm Ich weiß, wo die Höhle ist Und ich weiß auch, wie man in die Höhle reinkommt Kann ich euch ja gleich gerne mal kurz zeigen Dann wisst ihr zumindest schon mal Wo ich demnächst ansetzen werde So, hier Ich glaube hier im Norden war das schon Nee, noch nicht Hier nicht Ähm Oh Gut Fels ist auch eine böse Angelegenheit Ich kann mich nicht bewegen Hm, 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 hm So, jetzt aber Ja Soviel zum Thema Ich weiß, wo die Höhle ist Ich meine, ich weiß es ja eigentlich Ich weiß, wo die Höhle ist Ich hab's wieder vergessen, also, hm Aber dagegen kann man nichts machen Ich bin nicht der Jüngste Und Ja Es gibt hier Ähm Lp-er Wenn Die in meinem Alter wären Würden sie dieses Spiel auch noch kennen So, was haben wir denn da? Schick ist jetzt gekommen Ja, stirb Geht doch Du kannst nicht noch mehr tragen Ja, ist mir bewusst Gut, äh, ja Ja, dann schmeiß nochmal die Säbe weg So Ich hab hier eingefunden Cool Okay, hier war ich ja schon Äh, ja Hm Das war's auf jeden Fall nicht Was hier? Ich glaube, jetzt hab ich den Weg wieder raus Muss man hier runter Und jetzt hier links Äh, rechts Ja Genau Und hier muss man in Form einer Acht dran rumwandern Äh Na komm Das war aber keine schöne Acht Und dann, bam Ist die Höhle da Faszinierend, wa? So, an dieser Stelle speichere ich erst nochmal ab So Wir sind Stufe 20 Das, wir dann melden sich an dieser Stelle nochmal ab Bis gleich Bis Ja Ich denke mal, dann machen wir die Höhle der Medusa Und dann Machen wir auch für heute mal einen kleinen Break Vergesst bitte nicht Mir für Final Fantasy 6 Kommentare zu hinterlassen Welche Richtung ich einschlagen soll Dankeschön Bis später